Wo sind wir hier? Wo, in Boltenhagen. Sag mal, wo sind wir? Im schönsten, im schönsten Garten. Ja, du musst mich ausreden lassen. Kann ich doch nicht, kennst du dich doch. Schau dich mal um im schönsten Garten der Welt. Ja. Garten eben. Schaut mal an. Wir sind hier heute in der Kurmosche in Boltenhagen. Und das wird richtig lustig, ich glaub ja. Auf, da hinten. Das ist ein Animationsprogramm, das habt ihr mitgekunden hier oben auch mal. Ja. Zur Achtung. Voller politisch. Das rechte Band wurde angewinkelt. Das weh es nicht jemand. Wie es früher war, früher war alles schlecht. Himmel grau, die Menschen ließ. Die Welt war furchtbar, ungericht. Doch dann, dann kam die Mensch wieder. Untertitelung des ZDF, 2020